3 doch das war mal von dem nicht wohl von links und rechts ich will das was weiß auch wo man hier hochgelaufen sind ja auch mit 5 Prozent so wie vor Ort die Schaden ist wohl denn nicht mehr gibt die Traurig und und amort das Wort der Stand da hinten ist ein gekonnt da hinten ist ein irgendwo einer so als sie an 9 die Waffe auf dem Boden Kronen da wo da wird dann bei mir liebt dann nehmen wir es jetzt hier untergeworfen das sind nicht mehr gesehen ja die neue die neue das was kann nun nun zu liefern da gibt es nur um traurig ist halt Geld kriegt man auch nicht nicht mehr als komplett abgestellte da vorhin habe ich 28 Dollar gefunden hauptsächlich da hast du wegen der Flüsse gekriegt Warte mal, der zweite Super-Zunge war doch hier immer. Was ihr für Kackprassen, das ist der Wahnsinn, ja. Nehmst du mir einen Apfel? Danke. Bitte. Ach, der ist da oben. Ich dachte, Daniel ist leid, ich bin nehm. Okay, der ist von angesprungen. Geht auf dich, ne? Alter, mit ihm auf. Ja, wir können uns hier ins Haus vor. Hast du was da schönes Ungefunden? Ach ja, Daniel, die SVD kannst du gerne haben. Ne, brauche ich nicht. Weil, brauchst du die SVD? Hab ich ja noch. Weil ich meine SVD. 12. 12 SVDs hab ich ja. Aber ich dachte, dass ich da rüber kann. Ne, ne, ne. Was, wie, wie, gibt es, das du ist hier? 12. Ja, hm, 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 hm. Ja, hm, hm, hm. Mach da noch. Steve, old друзья. 12 SVDs. Junge, Junge. Ja, die Super-Zoomys droppen halt die am meisten, ne? Selbst hier oben ist drüben ein Grabstein. Oben ist anscheinend nichts drauf. Bist du gut? Oh, ich hab' ein Kabel gesprungen. Ja. Guck mal hier. Ja, du musst nicht hier liegen. Genau. Ich kletter ein Kabel an. Ich bin schnell zu fisch. Aber jetzt können wir hier drauf springen. Äh... Wo seid ihr denn da oben jetzt? Nein! So, wo seid ihr fallen? Ja, ich geh' wieder vor, ja. Oh, das tut mir aber leid für dich. Das ist eh nix, wo du bist. Wieso, da hinten ist immer was. Warum war ich gerade drauf? Wie hier hin? Hey. Daniel, kommst du? Was denn? Wir helfen. Dahin. Willst du da hinten? Oh, Alter, jetzt bin ich da hinten. Dann musst du einmal rennen und dann lockst du alle an. Ja, okay, und dann? Irgendwo musst du hoch springen dann. Ja, super. Zum Beispiel hier auf so'n Humvee. Ja, drei haste. Noch mehr da hinten. Ja, super. Ich hab' die Zombies weggelockt und die geht hier dahin looten, oder was? Ja, hier hinten die Itemkiste. Ja, hier hinten die Itemkiste. Ja, hier hinten die Itemkiste. Welche Itemkiste, Alter? Ist aber schnell hier. Hier stand früher immer einer hier hinten. Haben sie wahrscheinlich auch abgeschafft. Immer schlagt der mich, he? Alter, das hier ... Ich weiß nicht, wie wir das machen, aber wir verpassen jeden Spieler. Von der Vorbereitungen sind hier alle schon gestorben. Die haben ihren ... Oh, 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 das war einer ... Oh, 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 oh. Okay, ich bin auch tot. Ja, ja, ich war ja schon um der Ecke rum. also ich bin auch offen gestorben ich weiß nicht von wo ich bin auch geschossen ich habe aufgenommen von wo er geschossen hat und ich war ja schon um die Ecke rum die Schüsse sind so weit weg wirklich was auch er hat mir gut zu weit weg dass es aussieht als wäre im Himmel ein Blitz gewesen er war oben in der Luft also es war wirklich die Kugeln die waren groß und schwer dann auch die Kanonkugeln ich bin gesetzt in unser Minus 25 ja plus 24 naja Waffen waren ja eh alle muss nur SvD hin oder her na SvD ist es nicht schlimm man kann ja nicht mal mehr seinen Stammbaum auffüllen was? ne geht nicht na meiner ist ja eh voll ach ne stimmt konnte ich gar nicht auffüllen Entschuldigung Entschuldigung Alter Alter Schütt oh naja dann war ja da doch noch einer das war nicht nur einer es waren zwei naja das zu dem Thema ne ich bin gestorben und Ivan ist auch gleich hinterher gestorben ja und ich bin um die Ecke vom Gebäude gelaufen und bin dann auch gestorben richtig einer auf den Sack gekriegt also wenn das nicht Hecken war weiß ich auch nicht naja ja ich weiß nicht ob es Hecken war aber im Grunde er hat sogar noch eine nähere Umgebung gelabert das habe ich jetzt nicht mehr gehört ich habe nur den Schuss und da war ich tot ne habe ich nicht gehört aber den Schuss von dir habe ich aber nicht mehr gehört wir waren gleichzeitig tot echt sind wir gleichzeitig gestorben? ich bin mir sicher es ging so schnell bam bam also bam vielleicht hat er durch uns beide durchgeschossen hehehe also ich habe jetzt gerade nicht noch mal los zu rennen hier ne ich habe jetzt auch erstmal keine Lust mehr loszulaufen also du hast jetzt noch Bock weil dann ziehen wir noch mal los naja der Part hätte jetzt noch ein bisschen ungefähr vor 15 Minuten willst du noch machen oder mal eine Viertelstunde noch das kann man machen das heißt los da rein und ab dafür dann muss ich mich aber erstmal wieder ausrüsten ja ja muss hier hoch ich will aber keine Sniper nehmen das nehme ich dem Gotteswillen du hast gar keine Waffen ey ja aber schlimm ne soll ich da einer mitbringen nein ich stecke sowieso ist egal ich habe auch nichts mal am anderen Wein machen ey alter Musik halt die Klappe ey bist du laut ist sie voll leise ich habe nur noch 4 80 Geräte was nehme ich denn was nehme ich denn für eine Waffe ich kann mich gar nicht entscheiden ey ich habe hier keine Munition ich muss eher gucken was für Munition ich habe und dann kann ich mir die Waffe dazu aussuchen mal mehr im Fernglas machen der Witz ist ich habe mehr Munition als Waffen das heißt es ich kann mir nur noch ein Fernglas leisten das ist lieber 12 Munition was ist das denn AA12 Trommel ich habe nicht mal eine AA12 alter nimm den Bossberg leck mich ich habe beides sogar für der AK oder so eine Trommel ich nehme mir zu also alter taktische Schilder habe ich ja 90 Stück von was taktische Schilder wo waren die abgelegt äh bei äh plus also bei Medizeug irgendwie ähm taktische Schilder habe ich 130 roten Verbände habe ich noch 79 Stück von den Holzdingern habe ich 18 und von diesen anderen 26 ist irgendwas für Witzes der absolute Witz ich hätte mal von allem ich weiß nicht zu viel kannst du gar nicht zählen wie viel Sniper und alles ich hatte kannst du nicht zählen geht nicht aber einfach zu viel gehen wir wieder auf den Server drauf ja Server 3 oder einen anderen äh ja das spielt keine Rolle oder ja das ist auch recht wir denken nur dass wir wieder in der Umgebung da wieder spawnen ne ja also also Server 3 ja wir können auch 2 gehen da sind jetzt 33 um die Hälfte ja was denn nur 2 3 2 2 2 2 da sind nämlich nur 33 ok dann mache ich mal einen kurzen Schnitt 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 aber bei mir hat er muss er ja durchs Haus geschossen haben also ich bin gespawnt ich noch nicht und ich habe kein Night Vision dabei ich vollidiot ich hässlicher kleiner Giftswerk 3 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 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 7 7 4 5 7 6 8 9 10 9 9 10 ich glaube die kann man ich habe doch noch einige so und da ist der Turm die müssen ja da hinten sein und wir haben bei uns aber die Städte die Trottel können da oben auf dem Server oben auf dem Server genau da oben das sind aber Kackbraten weiß na er geht auf einmal kann die gesamten der Wettbewerb verpfiffen jetzt bei uns alle mit der Freiburg Niederwitz ist die beiden die ganze Zeit nicht und er wo sie auch mit ihnen sind bis ganz in das sie schießen können damit sie auch sicher treffen schiebt das ist ihm 500 Millionen Kilometer gewartet umzuschieben dann bin ich den Alter und ich will nicht wir können wie zu siehst du denn nicht und ich habe es gehört und Dreckspel auch auf und in Ordnung Nieders mal die Städte in der Hügel machen Dunkelfahrt der Schwarz ist das normal das annehmen dass da die Zomis oben in der Luft hängen ja die Hänge am Zaun um zu haben so die Hänge am Zaun ja das das sieht man halt nur mit guter Grafikkarte in den Zaun ich sehe dir auch so jetzt sehe ich den ja jetzt und das ist der Unterschied zwischen einer guten Grafikkarte und einer ich sehe sie jetzt Grafikkarte soll ich Zombies anlocken? mach doch ich sehe was ich hab Mond so aus dem Mund ja das ist schön für mich ich hab Mond du Arschgesicht vorne liegt mir Maske mitten auf der Straße jetzt zieh mal über ist besser so ja ich bin ja ja ich bin ich bin die Munition ja geil das sollte jemand aufstehen lassen oder die kommt auf die kommt also schaut ziemlich durchgelootet aus hier also nicht gelootet sondern gelootet nicht gelootet hier ist ein Schlagkrieg mitzahlen ja geil den wollte ich schon immer haben laufend nicht weg was bist du für eine Arschkrieche Sau Alter du hast gerade voll viel angehört das war 3 ja mach doch mal ja mach doch mal Alter der hat uns aufgehauen ja passt auch gut nach oben ja du Arsch geil du machst gar nicht schaust nur zu ich guck aus meinem Haus raus gut nach was hier von meiner Haustür passiert hier ich seh hier alles in stehen Schwarzbild Mono geteilt durch 2 ich schieße jetzt den Sibber zu mir an wer ist denn Jungs äh der ist um Ecke meinste stimmt oder der ist schon tot warum nicht Moment warum schnell pass auf wir stehen jetzt auf dem Server genauso überrascht wie auf dem letzten kein superzombie ey was machst du nein was denn welche zombies ist ja ey ich geh bestimmt nicht auf die Wollte mich wirklich aufteilen Daniel bist du in Sicherheit also bist du hoch ähm 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 oh da kommt noch ein ganz ganz irre boah der spackt voll rum ja der wird auch meine los da sollen sie ja auch na 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 und Daniel hast du das selber gefunden? Alter was ist nicht hier oben los? ich amüsier mich ne einer renter unten noch ja wer das wohl sein mag meine komm stell hier hoch alter hier liegt ne Waffe ich hab die Sibi alter ha ha was geschafft war doch du ne ja was ich bin runter gesprungen du bist ein Arschkopf ne was denn wieso sprichst du denn runter? hua alter ich hab auch die Sibi geklitten ha ha laufe die Runde jetzt wird's hier rumlaufen hier rumlaufen hier an der Ecke an der Ecke hier das steht jetzt komm her komm auf die Sibi Alter die haut mir auf die Sibi die haut mir ha 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 ja lach nicht du Arsch ey ha 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 oh mein Gott ey Alter jetzt gibt's auf die Fresse Alter ich glaub es ist ein bisschen Alter ich glaub das ja nicht das geht mir aber sowas kommt auf den Sack doll da war jetzt gerade eine wieder aufgestanden als sie geschossen hat oh wow dr da kommt noch einer kommt noch ein kommt alle her alter ihr kriegt jetzt alle auf die MüIsse Alter fühlst little sind doch hat die imately Röntgen auch auf dem Mützler haben Großzeit der Alta ich gehe wieder hoch ich gehe oder kommen sie die Springer muss er sich konsumieren der Eintracht die Klinik von Kammann hinter dir nein ich schaue nicht hinter mir was wir in den Haus auf dem Stern die ersten Ok, einer kommt wieder runter. Alter bin ich schlecht, ey. Ich hab den nicht getroffen. Oh du Wichser da oben. Die Kugel hab ich echt getroffen. Alter, da kommen noch mehr. Lieber mit deinem Schuss hast du noch mehr angelockt. Ja, nun herkomme ich. Pass auf, die sind oben. Wo sind die? Wo sind die? Und oben kommen auch welche. Ich bin safe. Wesen haben wir dran. Ja, wirklich. Weil hier liegt ein super geiler Schild im Wesen. Aua! Der hat mich fast getroffen, du Arsch. Ich hab da versucht die Zombies abzuknallen, die hinter dir stehen. Und da kommen noch mehr. Ja, und warum renn dich an, ne sauer Leine? Weil du der Eizigste bist? Alter! Jetzt hast du das. Alter, da ist mir immer dabei gewesen. Das wusste ich doch gar nicht. Ich blute und ich hab Hilfe. Ist gut, danke. Das bringt nichts mehr. Hallo, Hilfe. Wollt ihr mir vielleicht... Hallo? Den Arsch fressen oder so? Stamm, wir bewegen uns auch mal weg. Wow, die hat mir so auf die Haft erpresset. Und das tut noch morgen weh. Oh, die können die Kackplatten nicht springen, ey. Gerade finde ich sowas. Neck mich. Alter, mir geht's gar nicht gut. Ich hab nur noch bis zu Füßen. Ja, der gute geduldige Mensch, der wird überleben. Auß! Nein, der schiegt doch nicht! Echt? Was? Alter, ich bin gleich tot, Mann! Hat echt noch jemand auf dich geschossen? Ich bin tot. Ist da jemand? Nein. Da steh ich wie jetzt? Da ist keiner. Ich hab noch ein bisschen die Schauspieler. So, kleiner Knacklappen. Knacklappen, alter! Uh! Ich bin gleich. Ich bin gleich. Ich bin tot. Ist da jemand? Du hast zu viel Gewicht. Alter, hier liegt nur Honey Badger und ich hab zu viel Gewicht. Das ist mein Witz. Auß, was hast du es hier gemacht? Ah! Was hast du jetzt schon wieder gemacht? Der Zombie hat mir auf die Presse gehauen. Hab ich die Honey Badger bekommen? Nein, hab ich nicht bekommen. Alter, jetzt gibt's da auf die Presse. Nein, ich bin runtergefallen. Ich hab die Honey Badger immer noch mehr. Scheiße. Alter. Bei dir sind es viele Zombies da angeht, oder? Oder? Ah! Wir meinen direkt Honey Badger haben, alter. Kein Problem. Das will ich gehen. Halt, stopp weg, das ist meine Honey Badger, alter. Ja, kannst du noch. Hab ja auch 40 davon. 40? Ja. Vielleicht auch mehr. Alter, vielleicht auch mehr. Ich hab ja sonst... Das waren ja... Nicht runterspringen, da kommen ziemlich. Da sind ziemlich viele. Ja, die rennen zu ihm. Ja, und ich hab keine Ausgabe mehr, Meck. Das war richtig scheiße. Das war richtig dumm. Ich bin gleich tot. Wieder rumgelaufen. Komm her jetzt. Ja, wohin denn? Hier zu uns. Ja, ich will ja. Ach, denk schon. Hallo jetzt, Leute hier. Wo bist du denn? Nicht du sollst mir folgen, die Zorgis sollen mir folgen. Das ist schon mal ein bisschen hoher alles. Pass auf, das ist so verrückt, Alter. Hinter dir, hinter dir. Alter, Daniel, hilf mir an. Bleib da, bleib da jetzt, mein Gott. Ist da irgendwas, Daniel? Ist da irgendwas, Daniel? Ist da hinten was? Ähm, ne. Daniel, mach gar nichts, Alter. Ne, hier ist ne... Was? Ich hab grad ne Menge abgeschossen, ja. Ey, womit? Na, meiner Knarre. Ich hab nicht einen Schuss gehört. Ne, ne? Alter, wie viel überlebt der Junge denn, ey? Ach ja, aber wohl leben, ich muss mich heilen. Ja, dann mach das voll, du bist so richtig. Nun, was machen wir jetzt hier? Hier gibt's ja nichts mehr. Wir müssen hier weg. Eindeutig. Was sind wir denn? Einer wird mit Frosty Pines angezeigt von euch. Was? Ja. Sind alle hier bei mir angezeigt. Oh. Mein Gott. Ist das super hier. Warum kommen da jetzt ein Haufen Zombies um der Ecke? Ja, schau mal, wo der Zombie hinrennt. Schau mal, schau mal, schau mal. Nichts. Wo der hinrennt. Ja. Wo rennt der hin? Äh... Ist das? Der ist aber doch keiner. Der ist grad mit Oli gespawnt. Auf die rennen da eine Kurve, oder? Alter, wieso rennen die da alle hin? Was ist denn da? Ist da Versammlung oder so? Hä? Hey, wo gehen die denn jetzt alle hin? Was geht hier ab? Was ist mit denen denn da aufgehoben? Was ist mit denen denn jetzt los? Ja, entweder ist das ein Spieler, oder ich weiß auch nicht. Sie stellen sich, als würden sie sich ausrichten. Oh ja. Alter, die machen dicht, Alter. Was ist los? Das ist schon mal die DDR da, Alter. Ja, die haben die Mauer aufgezogen. Aber was für eine. Aber was für eine. Hehehe. Wir sind dann. Okay. Du, was machen wir jetzt? Wo gehen wir hin? Ja, ähm... Keine Ahnung. Äh, ja, ne. Wie ist denn das? Wie ist denn da? Wie ist denn das? Wieso rennst du? Wieso? Häh, äh, wer rennt? Du bist... Alter, ist das schnell! Ja, aber die sind nicht mehr rauskommen. Oh. Häh, hä. Häh, hä, 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 hä. Wiesoieß doch nicht. So, schlug jetzt. Wo gehen wir hin? Hau sind. Ich muss schnell machen. Die sehr goreFF sind jetzt mal. Dann machen wir hier oben alle hätten Ja, machen wir ein Schnittchen. Ja, machen wir ein Schnittchen. Ja, ein Schnittchen. Opfer ganz leicht. weil auch immer sein Gedanke bis zu sehen wir sind im nächsten Fall zu Investition Prozent oder auch nicht gerade vielleicht heute erstmal nicht mehr die Leute kommen ha 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 ne Quatsch macht gut auf Wiedersehen Tschüss